Hallo ihr Leseratten! Ich bin gerade ein bisschen in Videodrehlaune, deswegen drehe ich gleich nach dem anderen Tag und dem Rest von dem Lesemonat, was ich vergessen hatte, noch einen Tag. Ja, das ist schon etwas länger her, als der getaggt wurde und es tut mir auch leid, dass ich erst jetzt mache. Und zwar wurde ich getaggt von Lesegefühl, also der lieben Franka. Vielen Dank dafür nochmal. Und ja, ich habe irgendwie den Tipp, ich habe es immer vor mich her geschoben, weil irgendwie hatte ich keine Lust, Text zu drehen und so. Ich weiß auch nicht. Deswegen haben sich die bei mir jetzt angesammelt und ich dachte mir, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe jetzt heute, dann kann ich das hier noch schnell abdrehen. So, und es wird jetzt heute um nur ein Wort tag, den haben wir schon alle gemacht, inzwischen, oder fast alle gemacht. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch niemanden taggen, weil ich absolut nicht weiß, wenn ich da taggen soll, ob jemand das schon nicht gemacht hat. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich ja noch jemanden. Und dann schreibe ich die Person am Ende des Videos einfach ins Video rein. So, und natürlich die Person angeschrieben. Natürlich, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. So, ich fange an. Wie viele Fragen sind denn diese überhaupt? 41, na wunderbar. Zum Glück muss ich noch ein Wort antworten. So, wo ist dein Handy? Couchtisch. Dein Partner? Arbeit. Deine Haare? Katastrophe. Deine Mama? Shopping-Wahn. Dein Papa? Motorrad. Dein Lieblingsgegenstand? Buch. Dein Traum-Oto? Saphira? Der Traum, in dem du dich befindest, na klar, der Raum, in dem du dich befindest, Schlafbereich. Dein Ex? Weg. Deine Angst? Tod. Was möchtest du in zehn Jahren sein? Glücklich. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Freund? Was bist du nicht? Geduldig. Das Letzte, was du getan hast? Video. Was trägst du? Brille. Dein Lieblingsbuch? 13. Das Letzte, was du gegessen hast? Sushi! Dein Leben? Langweilig? Deine Stimmung? Normal. Deine Freunde? Welche? Ähm, was, woran denkst du gerade? Fragen. Was machst du gerade? Antworten! Dein Sommer? Ähm, mein Sommer. Unternehmungslustig? Was läuft in deinem TV? Blau. Ah, das sind... Das sind mehrere Worte. Voice? Ah, nein, nein. Ähm, was hast du das letzte... Wann hast du das letzte Mal gelacht? Gerade eben? Oh, eben, eben. Wann hast du letztes Mal geweint? Wann hast du letztes Mal geweint? Ah, das sind immer zwei Worte. Das ist doof. Lasst mich kurz überlegen. Sonntag? Ich bin mir nicht sicher, welcher Tag es war. Ähm, Schule? Vorbei. Was hörst du gerade? Es sind auch zwei. Lifesaver? Das ist ein Wort. Sehr schön. Ah, das ist herrlich. Deine liebste Wochenendbeschäftigung? Cocktailbar. Traumjob? Post? Ähm, dein Computer? Ja, das ist... Dein Computer? Sperrig? Ähm, Auszeit meines Fensters. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Bier? Nee. Mexikanisches Essen? Super. Winter? Schnee. Religion? Evangelisch. Urlaub? Österreich. Ähm, auf deinem Bett? Und... Chaos? Liebe? Vorhanden. So. Oh mein. Aber das war ja teilweise auch nicht so einfach, wie ich dachte. Okay, das war mein Tag. Und wie gesagt, wenn nicht jemanden finden sollte, der diesen Tag noch nicht gemacht hat, dann steht die Person... Ich sag immer an dieser alte Seite, schickes Tier. Und, äh, ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dann. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020